Wir schreiben das Jahr 2064 in der heiligen Stadt Köln. Frau Annette feiert heute ihren 90. Geburtstag und hat dazu, wie jedes Jahr, ihre vier besten Freunde eingeladen. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr, Frau Annette. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr, Rau. Zum Wohle, Herr Bach. Ja, hallo, 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 hallo. Hans Süper. Ebenso. Alfred Biolet. Sie verwörden uns, meine Lieben. Mein lieber Freund, Rainer Karl Mund. Lass mich dein Stürmer sein, ich will mal an die Bälle spielen. Du bist das scharfste Besser in der Supra. Hättest du kusseln, ne? Sag doch, Wurzelkammer, das ist kein Wurzel. Stimmt's, ja? So, du alte Zicke! Wir kochen jetzt, was doch sicher keinem schmeckt! Ach nee, das war der falsche Koch. horrible! Auf Wiedersehen! Hallowe! motherboard großartig 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 großartig